So, was machen wir jetzt? Ähm, 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 machen wir erstmal den Schützen. Schützen, hab ich gesagt. Fertig, hier. Aus dem Weg. Bleib hier! Bam, und halbtot ist er schon. Zug beenden. So, während die sich da oben rumprügeln, zeige ich euch, was unser Drache drauf hat. Und episches durch die Gegend fliegen, ohne AP zu verbrauchen. Oh, meine Fresse, wenn ich nicht gerade so einen Framedrop hätte, wäre das super episch. Der Drache so schnell, dass die gar nicht sehen, wie schnell er sich fortbewegt. So, was machen wir denn mit dir jetzt? Machen einen Vortex. Bam! Das muss wehgetan haben. Und dann machen wir noch einen Vortex. Bam! Das muss er das Recht wehgetan haben. Und Bosch ist besiegt. Bam! So, zu unserem nächsten Gegner. Bam! Wie der kassiert. Noch ein Vortex. Tot ist er. Aber unser D-Wert ist schon auf 5%. Deswegen werde ich jetzt hier beenden. Und mit den anderen den Typen fertig machen. Denn der hat nicht mehr so viel. Und er heilt sich natürlich. Willst du mich verarschen? Mein D-Wert ist schon bei... Viel zu hoch, aber egal. Mit Nina und Lynn müsste ich das schaffen. Bam, 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 bam. Alleine mit Nina habe ich es geschafft. Super. Sieht so aus, als hättet ihr hier sehen. Steige... Steige-Schock. Steige-Schock in der Hand. Ein Zeigestock in der Hand. 600 Gruppen-Exp, wenn ich mich richtig geguckt habe. Krass. Ich habe dir gesagt, leg dich nicht mit mir an. Fass mein Engel nicht an. Wow. Krass. Also, scheiße, das war zu viel. Erstmal ein Päuschen. Wer bin ich? Du bist der Auserwählte. Uh, morgen. Ich fühle mich, als hätte ich einen Kater, Mann. Ich habe die ganze Nacht durchgesoffen. Boah, und wo ist diese Braut, die ich in der Disco gesehen habe? Die muss mir doch Rufis gegeben haben. Was bist du? Du bist... Du bist kein normaler Ranger. Diese Kraft! Die Fracht loswerden? Sag mir, was weiß Trinity? Antworte mir! Was habt ihr mit Nina vor? Selbst wenn du es wüsstest. Was könntest du schon tun? Ja. Du hast gerade gesehen, was ich tun kann. Diese Kraft noch einmal einsetzen? Und was könnte das bewirken? Lass mich alleine. Genau, nicht schreiten. Hast du gehört, Kitty? Schön brav sein. Oh Mann, ihr Kiddies. Kennt ihr euch nicht mal vertragen? Hört auf den Engel, der muss es wissen. Es ist, wie ich bereits sagte, wenn du herausfinden möchtest, wer sie ist. Sind die Pio-Corp-Labors der Ort, wo du hin musst. Aber was ist mit dir? Bist du sicher, dass du es nicht erklären kannst? Ich weiß wirklich nicht, woher diese Kraft kam oder warum. Aber ich habe eine Stimme gehört. Das war eine Stimme in meinem Kopf. Das war unheimlich. Als ob ich irgendwie meine Menschlichkeit verlieren würde. Du bist ein Drache geworden. Natürlich hast du deine Menschlichkeit verloren. Was fährst du dir für Filme, du Freak? Aber es ist alles gut. Du hast einen Engel bei dir. Nja. Könnte es jetzt doch endlich weitergehen? Wir sollten diesen Ort bald verlassen. Im Moment haben wir sie wahrscheinlich abgehängt. Nja. Aber das waren Ranger. Nja. Sie sind hinter uns her. Wir müssen uns beeilen. Nja. Wir müssen den unteren Sektor durchqueren. Nja. Um Bio-Corp zu gelangen. Lasst uns gehen. Nja. Alles klar. Let's rock. Wo bin ich? Wer bin ich? Was bin ich? Ich habe 7% auf den DC-Ler gemacht. Ach du Schande. Gruppen HP. Wie viel habe ich? 199. Doch nicht so viel. Ähm. 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 EP hinzufügen. Nina. Dam. Dam. Fast Level Up. GZ. So. Was gibt es hier abzustrauben? Wohin gehe ich am besten zuerst? Denn es ist ein Telekarte. Ähm. Hm. Ich könnte unten lang. Hm. Bin ich jetzt hergekommen? Dass man mich hier einfach so reinwirft. Unvertretbar. Okay. Mal gucken, was hier ist. Zug zum Endsektor. Das müsste es sein. Blablabla. D-Sprung. Ähm. Map. Hm. Wird gerade... Shit. Das war nicht mehr absichtlich. Denn wenn ich das jetzt aktiviere, geht der DC-Ler hoch. Wenn ich einfach rumlaufe, geht der auch hoch, aber... That's an other story. So. Wo komme ich hier raus? Zug. Endsektor. Map. Ähm. Ich komme mir gerade drauf. Nicht klar. Ähm. 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 Wo muss ich lang? Wo muss ich lang? Und der D-Wert geht hoch und geht hoch und geht hoch. Jujo. Heil-Kit. Ähm. Gegenstände verwenden. Würde nämlich gerne zurückgehen und Platz... Magie um eins. Also auf Nina. Würde gerne mein Inventar wieder leerräumen. Je weniger ich mit habe, umso besser. Speichermarke. Die könnt ihr behalten. Ich habe genug. Hier ist ein kleines Lans für Gegenstände. Das ist eine Chance, deine Inventar aufzustocken. Kaufen. Hm. Hm. Ich will ein paar Heil-Kit kaufen. Hm. Eins auf jeden Fall. Ja. Kaufen noch mal ein paar Hunderter, so. Sagen wir mal fünf. Oh ja, die Speichermarke. So, was erzählt sie uns? Hey, wie geht's dir? Sitzende, kommst du im Kampfaktiv ein. Die Fähigkeiten einzusetzen. Geh, aber du kannst viel mehr Schaden anrichten, wenn du verschiedene Fähigkeiten kombinierst. Zum Beispiel lass Linz hier und bleib hier folgt. Verleiht es dem Angriff einen Blind-Effekt. Bla, bla, bla. Ja, okay, hier und, ähm, hier und bleib hier. Hier, bleib hier, alles klar. So, dann, äh, eben den Revolver umlegen. Ähm, bla. Start. Ähm, verwenden. Meister, Torshammer, nein. Revolver, nein. Ich wollte auch nicht verwenden, ich wollte Fähigkeiten. Revolver, ähm, hier. Das muss ich umbelegen. Ähm, bleib. So, jetzt aber. Ähm, da kommt, bleib hier hin. Da kommt aus dem Weg, wenn beides auf X ist, kann ich besser die Combo benutzen, die ihr hier blind macht. Ich tippe mal dahin geht's, wo ich hergekommen bin. Verdammt, geht der D-Wert schnell hoch. Keine Zeit für Kaffeekränzchen. Karte. Oh, verdammt, wo muss ich denn hier hin? Äh, wisst ihr was? Das war ein epischer Endkampf-Boss-LTV-Waterfuck-FTV. Und jetzt machen wir hier Päuschen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt.